Piss, Piss! Boah, ey! Nein, das ist die Musik dazu! Jackson, Alter! Was glaubst du dazu, ja? Jackson, was sagst du denn? Meter 24 Ja, Jackson, Alter! Guckt euch diesen nicht! Ey, was ist das? Das ist mein Zander-PB! Guckt euch diesen fetten Zander an, hier! Was glaub ich, ey! Jackson, was sagst du denn? Alter! Ja, ne, das ist krank, ey! Das war einfach zu krank! Guckt euch diesen Zetti an! Töne Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Geil, man. Geil, Jeffrey. Echt ein geiler Barsch, ey. Es freut mich übelst. Guckt euch mal den Köder an, wa? Die haben keine Scheude, Jungs. Wenn die da sind, dann holen sie dich den auch. So, jetzt soll Jackson erwähst du nämlich davon ja nichts. Der braucht irgendwo da vorne noch rum. 27 cm. War der vorhin? Sogar 28 cm. 28 cm. Mensch, Petri, Jeffrey. 28 cm. Das heißt, 27 plus 28 sind 55 cm. 55 cm. Und Jackson hat 26 cm. Richtig geil, ey. Ey, Jeffrey, jetzt läuft's hier, wa? Ja. Gerade nach meinem Barsch. Der nächste Barsch. Ey, es war so anstrengend. Jetzt haben wir wenigstens mal eine kleine Strecke gefunden, wo die Fische ein bisschen aktiver sind. Kommt die Kleine. Oh. Schöner Purch. Petri, mein Junge. Voll weg inhaliert, wa? Ja, liebe Freunde. Geil, Mann. Schöner Purch. Achso. 26, 27 cm haben, denke ich. Auf jeden Fall Petri. Ja, klar. Jetzt geht's langsam los, endlich. Nach dem scheiß Wetter gestern. Vorgestern. Gestern Abend habe ich es noch gesagt, zum letzten Video, wo wir uns verabschiedet haben. Ui, jetzt war ich fast ins Wasser gefallen. Dass er anfangen zu beißen dann. Und schwuppdiwupp. Was sind sie da? Oh, oh. Jackson hat nachgelegt. 29 cm. Zeig mal hoch, Jackie. Petri, ey. Das heißt, 26 und 29 cm. 55 zu 55 cm. Scheiß. Krank, ey. Petri Jackson. So, Jungs, da ist der nächste Fisch, ey. Jetzt führe ich wieder. Ach, es war ja gleich schon. Der hat ein Glasauge. Ich bin aus der Busfahrer. Ich habe nämlich gerade die neue Sky geholt, weil Jeffrey da ist da hinten irgendwo. Klarsauge. Einmal frei, der hat geliefert wieder. Schöner Perch. 25 cm. Nehmt mal Hand weg vorne. Nehmt mal Hand weg. Ja, ist in Ordnung. Was ey? Jetzt wird jeder Zentimeter. Ey, geil, Jackie. Guck ihn dir nochmal an. Das wird deine Niederlage sein. Weil du wirst nämlich kein Fisch mehr fangen. Peter. 55 plus 25 sind Jackson? 75. Hast du gedacht, ey? 55 plus 25 sind 80. Ey, Jackson. Mensch. 80 cm gegen 55. Guckt ihn euch mal an, wie verzweifelt der Junge ist jetzt. Ich bin so aufster Pust, Jackson. Ich kann gar nicht mehr. Ey, so viel Strecke ihr gemacht heute. Aber Gott sei Dank kriege ich keine Wachstreifen. 80 cm habe ich jetzt. Jackson. Alter. Ey, guckt ihn euch mal richtig an, dass ich ihn richtig auf die Nase binden hier. Guckt mal, wie verzweifelt der ist hier. Guckt ihn euch mal an hier. Mach dich jetzt fort. Ey. Jackson, du musst nachlegen, das willst du. Mach dich jetzt fort. Die Angebisse ist geil, ey. Ich werde die schön sachte abziehen. Der Wachstreifen. Mach dich jetzt fort. Ey, Jungs. Jackson hat den nächsten drauf. Ey, das ist hier spannend heute. Ohne Mist. Und es ist ein Borsch. Ein Borsch. Oh, das wird knapp. Oh, Jungs. Das wird knapp, ey. Aber ich guck, der hat 25 Jackson. Ja, ich sag, 26. Sag ich auch. Ich sag, 27 sogar. Schade, Mann. Ist das spannend. Wir müssen weitermachen. Das ist trotzdem. 25. Ja, bleib mal ganz ruhig. 26. 26. 26. Nein. Ein Zentimeter mehr. Es bleibt bei 26. 26. Jungs, 81 zu 80. Ey, der führt mit 1 Zentimeter. Gibt's nicht, ey. Auf jeden Fall dickes Petri, Jackson. Petri, danke, mein Freund. Ich muss jetzt schnell die Routen reinmachen. Jetzt müssen wir beide gucken, dass wir hier noch, das ist schon wieder zu krank, weil keiner hat Bock auf Wachs. Ey. Jungs, einen Wurf später wie Jackson. Jackson, der hat sich übelst, die Freude, ja, 1 Zentimeter, ja. Wenn es eh kein Fisch mehr. Und jetzt guckt ihn euch an, Jungs. Glas Auge voll weggedonnert. Jetzt wollen wir schnell mal auf das Scale legen. Petri, Digger. Voll inhaliert, den Gummi. Voll inhaliert. Jetzt wollen wir mal drauflegen. Ach, der Heilige. Hat seine 27. 28. 27. 27. Hä, guck da. Nein, Mann. Wo denn? So was beim Moch gerade. Dort, 27. 27 Zentimeter, Jungs. Guckt ihn euch an. 27 Zentimeter, das heißt, ich habe 107 Punkte zu 81. Geil, Mann. Ey, Jackson. Ey, ich werde die Wachsstreifen so sachte abziehen, meinem Freund. Du fängst wieso keinen Fisch mehr. Jetzt muss ich schnell machen. Ich muss jetzt noch empfangen, Jungs. Jungs, nächster Wurf, nächster Fisch. Ey, jetzt steht die hier, die Jungs. Jetzt ist Beißfaser. Ich muss jetzt rauskriegen. Bitte. Ich will keine Wachsstreifen. Oh, wieder auf das Glasauge. Ey, ich drehe so was von durch. Das gibt es doch kaum nicht, Jungs. Guckt euch an. Den muss man schärftes Scale legen. Oh. Ey, Jeffrey ist auch gerade, die kommen hier. Jeffrey, die... Das läuft, die ist auch gerade mit Borsch. Vier Borsch untereinander oder so was? Ja. Oh, sogar ein richtig schicke Stakes. 25. 25. 107 plus 25 sind 132 Punkte für mich. 132 Punkte. Und Jackson hat 81. Oh, Mann. Danke, Borsch. Danke. Jackson, wie gesagt, leg dich niemals mit Chipsy an. Aber Jungs, Jungs, was jetzt hier abgeht, fast jeder Wurf jetzt ein bisschen. Das liegt am Köder. Das gibt es nicht, Auf das Glasauge wirklich gewechselt. Die machen einen sehr guten Eindruck für uns. Vor allem schön reingegangen. Da ist er abgestürzt. Jeffrey, was machst du? Hast du wehgetan denn? Ein wenig am Schienbein, aber... Was ist das mit denen? Wie sagt der Chipsy immer? Oh, Fisch, oder? Nee, nee, nee. Hänger, hänger. Mensch, Jackson erfängt in den Stecker. Beide. Bissi massive, Leute. Die können manchmal das gleiche Wicht nicht halten. Hey, Kumpel. Was ist los, Kumpel? Was ist los, Kumpel? Ich habe zwar nicht mehr einen Säckchen, wenn das Ruhe. Jo, hat was. Jungs, ey, Jackson hat auf die gleiche Stelle geworfen. Live-Biss. Oh, das ist ein guter Strampler. Das gibt es kaum. Ich habe die Jackson auf die gleiche Stelle gerade nicht müssen. Und ich sage, was ist los, Kumpel, ey? Ich muss jetzt los noch rauskriegen. Jeffrey, komm mal hier. Vorne gleich her. Jeffrey, komm mal her. Alles gut, Kumpel? Alles klar, Kumpel? Chipsy gegen Jackson, die erste Folge, ey. Das ist wirklich spannender als, keine Ahnung, irgendein Krimi. Der ist so reingedockt, Leute. Was kommt denn jetzt hier hoch? Oh! Jungs, guckt euch an. Wieder aufs Glas-Auge. Das gibt es doch gar nicht. Fast jeder Wurf ein Biss. Ich muss mich jetzt beeilen. Guckt euch an. Wieder voll weggelöffelt. Jeffrey hat sogar den Live-Biss drauf. Das gibt es gar nicht. Perfekter Hart. Den legen wir jetzt schnell auf der Scale. Oh, jetzt muss ich rechnen. Oh, noch richtig. 132 Punkte hatte ich. Jackson, willst du dich noch mal angucken, den Porsche? Nein. 27 Punkte. 132 plus 27 sind 159 Punkte. 159 Punkte, Jungs. Dickes P-Dreh. Geil. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt beeilen. Das Glas-Auge läuft jetzt übelst. Fast jeder Wurf ein Biss. Die Route muss jetzt rein. Und Jackson hat wieder auf mir den Spot geworfen. Ich muss jetzt schnell hinmachen, Jungs. Bis gleich. Jetzt wird es schwierig, Kumpel. Oder fängst du die 17 Zeddy? Die 77 musst du empfangen. Oder die 78 musst du empfangen. Da brauchst du nicht Aluntara, aber. Da habe ich Kraut dran, Jungs. Ganz schnell. Aber jetzt kann ich mich wirklich schon mal ein bisschen ausruhen. Weil 159 Punkte ist schon eine Hausnummer. Ey, Jeffrey, Petri. Jeffrey, gerade hier zwei Wurfe mitgemacht war und boom. Der erste sogar, Kollege. Echt, der erste? Der erste Wurf, ja. Ey, Jeffrey, 31 Zentimeter. Und Jackson hat gerade ein bisschen gehabt. Ich muss mich jetzt beeilen. Jetzt hat er ihn. Hast du ihn? So. Geil, nice man, Jeffrey, Petri. Jawohl, der erste Ü30, oder? Ja. Jetzt muss ich nochmal auf Jackson hier. Los. Ich würde da. 31 hat der Barsch gehabt. Jackson, ey. Wir haben ja den Schwanz, den Kettel-Fell, ich hab den Schwanz gehabt. Ey, Jackson, ey. Petri, leg mich schnell mal auf das Geld. Ich weiß, wie habt ihr 81 Punkte, war? Ja, müsste. Und er hat 6. 27. 27. 27, ja. 27, Jungs. Also 81 plus 27 sind. 108. 108 gegen 159. Bis gleich, ey. So, Leute, wisst ihr, was das hier ist? Das ist ein Barsch. Schön, wie du auf das Glas auch, ey. Das ist Wahnsinn. Ohne Scheiße. Das ist das erste Mal, dass ich mit diesem Köder Fischer heute... Und der funktioniert, also... Seht ihr ja selber. Soll jetzt keine Werbung oder sowas sein, aber... Ihr seht's ja selber, also der läuft einfach. Hier ist er, Jungs. Ich hatte 159 Punkte. 159 Punkte. 29. 29. 159 plus 29 sind 188 Zentimeter. Checkst du, was sagst du jetzt dazu? Ja, dickes Petri. 188 Punkte zu 108. Also 80 Punkte Vorsprung. Jackson, ich glaube, das holst du nicht mehr auf heute oder fängst einen fetten Zahn halt noch. Aber wie gesagt, leg dich einfach nicht mit Chips hier an, denn mein Name ist Programm. Jedenfalls kann ich auch noch sagen, ich habe ja heute früh gesagt, dass ich den ganzen Tag mit Blech durchziehe, aber wir haben jetzt Spots eingefahren, die sind tiefer jetzt. Und, ja, da muss ich mit Gummifischen, weil sonst komme ich nicht an die Fische ran. Jedenfalls hat's die Klappe. 188 zu 108. Bis dann, Antenne. Yes, man. Ja, da muss ich mit Gummifischen. So Jungs, da sind wir wieder. Wir sind wieder am Start. Die Dämmerung, die bricht jetzt an. Wir haben jetzt nochmal einen Spot angefahren, wo wir jetzt noch ein bisschen Gummifischen machen, bevor es richtig dunkel ist, weil in der Dunkelheit lohnt es erst das Wobbeln. Wenn es richtig massiv dunkel ist, so wie wir massiv, naja, du bist ein bisschen schlank, aber naja, ist eh alles Hopfen und Malz verloren. Du vielleicht. Nee, alles gut. Jedenfalls, die Challenge oder das Battle ist immer noch offen. Ich führe mit 188 Punkten, Jackson hat 108. 80-Punkte-Unterschied, zwei Fische, da bist du wieder dran, Jackson. Das ist alles noch möglich. Das ist alles noch möglich. Auf jeden Fall haben wir jetzt geil Fisch gefangen. Das war ein richtig geiler Schlagabtausch. Ja, die wollen jetzt nicht lange schnacken. Die Köder müssen ins Wasser. Und die Wachsstreifen, die warten schon auf dich, mein Freund. Ich hoffe, ja. Geil, Mann. So, schauen wir mal, ob noch was geht. So, Jungs, es hat gleich funktioniert. Am ersten Spot mit dem Wobbler. Jacky. Leider kein Zettie, aber ein Döbel. Oh, der bringt dir wieder ein bisschen Punkte. Das stimmt. Liegen wir auf die Scale. 108 hast du. 108 Punkte hast du hier. 108. 47. Der hat? 47. 108 plus 147 sind 155 Punkte, Jackson. Krank, Jacky, Alter. Okay. 155, war? Wieder ein Döbel. Wie viele hast du jetzt? 108 und? Wie waren das hier gewesen? 47. Ja, 155. Ja. Nice, Mann. Jacky, Petri. Cool. Das läuft. Mal sehen, vielleicht kommt ein Zettie noch. Nice. So, Freunde. Direkt nach dem Döbel durfte ich einen kleinen Zettie fangen. Köder war das Glasauge. Das liefere heute den ganzen Tag. Kontinuierlich. Super. Der ist zu klein, der darf wieder schwimmen. Wir fangen noch ein paar. Schauen wir mal. Top, Jeffrey. Nice. Leute, guckt euch diesen Zander an. Das ist mein erster Wobbelzander. Ey, ich... Oh, ich könnte sowas von ausrasten. Danke, Jeffrey, Alter. Mein erster Mainzander und mit Wobbler. Ich gehe sowas von fest. Geil, ey. Guckt euch mal die Wobblergröße an und guckt mal den Zander an. Nachts wobbeln, das ist so geil. Oh, ich gehe hier so fest hier. Das ist mein erster Wobbelzander, Jungs. Ich könnte schon wieder heulen. Das ist echt so, ey. Das ist 36 Zentimeter. Ich lasse ihn gleich ganz schnell mal schwimmen und dann tu mal rechnen. So, Jungs, wir haben ihn jetzt schnell mal reingelassen, weil der zu klein gewesen. Ich bin immer noch so geil. Ey, ich bin so glücklich. Mein erster Wobblerzander. Wie die rein tocken richtig rein. Bam, Alter. Jedenfalls die Rute, die muss rein. Ihr habt gesehen, 36 Zentimeter hatte der Zander. Das heißt, plus 188 sind 224 Zentimeter. Und Jackson hat 155. Also, ich habe wieder vorgelegt. Gott sei Dank, danke, Zander. Auf jeden Fall, ja. Der Wobbler muss jetzt wieder rein. Und, ja. Man kann auch dazu sagen, wir haben hier so eine große Flachwasserzone, Wadgeffrey, und eine Steinpackung. Und da waffen wir jetzt die ganze Zeit ab und kubeln ganz, ganz langsam an der Oberfläche lang. Und dann auf einmal, bam, knallt's. Jedenfalls geil, Jungs, geil. Es hat geklappt. Danke, Jeffrey. Sag, wir haben noch ein paar Spots. Wir haben jetzt noch ein paar Spots vor uns und da geht bestimmt noch was, Jungs. Bis dann, Antenne. Yes, Mann. Jungs, der Jeffrey hat sich schon wieder eingekascht. 55? Nee, 54 Zentimeter. Zeig ihn noch mal her, Jeffrey. Geil, ey, dickes Petri. Machen wir deine Lampe aus. Ja, jetzt. Jawohl, das ist der zweite. Dickes Petri. Der dritte Zettih für mich heute. Genau. Sauber. Schön auf Wobbler, war er wieder? Diesmal auf Wobbler, ja. Vorher war es noch das Glasauge. Schöner Fisch. 54, so kann es weitergehen. Hey, Jackson hat ihn voll auf die Matte gelegt, auf Wobbler. Geil. Ja, das lässt sich jetzt ein bisschen schlecht messen. 60 Zentimeter. 60 auf den Kopf, ja. 60 Zentimeter. Das heißt, 155 hast du gehabt. Genau. Und jetzt hast du 215 und ich habe 224. Geil, Jackie, hebe ihn noch mal hoch. Zeigen wir ihn euch mal kurz. Da ist er. Nice, Jackie Petri. Petri, danke. Geil, Mann. Geiler Zander voll vor der Füße einschlagen. Ich bin ja schrocken. Ich stand daneben. Auf jeden Fall, boom, Alter. Ich dachte, er ist ein Hänger, ey. Nice. Richtig krass. Schön, das freut mich natürlich mega. Endlich hat es mal geklappt, Jackie. Top, schön. Lange Zeit jetzt durchstrecke gehabt, wa? Ja. Aber man sieht, ey, Wobbler angeln, das klappt wirklich, wa? Echt schön, ist alles ein bisschen enge jetzt hier. Weil wir auf der Steinpackung stehen. Hat er gut gemacht, der Junge. Aber top. Krass, Mann. Freut mich. Wir werden noch ein paar Minuten machen, denke ich mal. Genau, den fahrts wir jetzt auf jeden Fall erstmal schnell. Genau, und dann sehen wir uns dann gleich nochmal. Bis denn, Antenne. So, Leute, wie ihr seht, wir sind wieder zu dritt am Start hier. Wir waren jetzt am letzten Spot. Da konnte Jackson wirklich mit dem vorletzten Wurf diesen geilen Zander fangen mit 60 Zentimeter. Deswegen haben wir jetzt den Endstand mit 224 für Gypsy und 215 für Jackson. Ganz knappes Ding. Also 9 Punkte Unterschied. Da kann man mal sehen, es kann jeder gewinnen von den Spänen. Das ist wirklich so. Aber ich habe ja wirklich gesagt hier, ja. Gypsy, der rockt das Ding. Was sagst du, Jackson, dazu? Ja. Ja, du kannst aber auch mal sagen Glückwunsch, Gypsy. Kannst du ja auch mal. Diggo, gut gehandelt. Ey, danke, danke, Jackson. Beide gut gehandelt. Du auch, Chef, Alter. Richtig geile Zergis und sowas hier fangen. Danke nochmal mal für die Spots und so. Sehr gerne, sehr gerne. Seit jeder Zeit bekommen. Ey, jedenfalls. Ein richtig krasses Battle war das hier gewesen. Und ja, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in den Kommentaren. Auch jetzt mit der Bestrafung. Da würden wir uns megamäßig freuen. Ja, was wir noch für Bestrafung machen können. Ich habe es ja schon mal, nee, das habe ich bei Insta gesagt worden. Das ist doch nicht. Da sage ich es jetzt hier auch nochmal. Also jetzt nicht mit der Hand abschneiden oder den Finger abschneiden. So, heute kommt eine Bestrafung mit Wachsstreifen. Drei Wachsstreifen, das werdet ihr im Anschluss sehen. Ist die Bestrafung heute. Und ja, wie gesagt, schreibt es gerne mal rein, wie ihr es findet und alles. Auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an Zanderfang für die Boxer. Top gelder auf jeden Fall. Und die Glasaugen. Ihr habt es ja wirklich gesehen. Ich habe wirklich mit den schadrösen Gummifisch-Glasauge von Zanderfang. Genau. Ey, habe ich ein Barsch nach anderen gezockt. Und zwar den ganzen Tag habe ich damit nicht so geangelt. Aber dann, wo es drauf ankam, war Gypsy da und das Glasauge war auch da. Ich sage, das soll jetzt keine Werbung oder sowas sein. Aber wir können nur sagen, wo? Ja, gute Gummimischung, läuft gut, tip top. Probiert es auf jeden Fall gerne mal aus. Kann man nur empfehlen. Auf jeden Fall auch Laufverhalten. Perfekt eigentlich, wo? So, schlank alles. Auf jeden Fall wollen wir jetzt nicht lange schnacken. Wir machen uns jetzt schnell auf den Heimweg. Und die Bestrafung sieht er jetzt im Anschluss. Jackson, du tust mir herzlichen leid. Danke. Also bis denn, Antenne, bis gleich. Yes, Mann! Yes! Und wenn euch das Ganze hier am Main gefallen hat, checkt www.zanderfang.de ab. Da ist auch ein Bericht von mir über den Main drin. Genau, dann könnt ihr auch mal abchecken. Genau. Oder Instagram, Facebook. Dann könnt ihr auch mal lesen, wenn ihr auch jetzt mal herfahren wollt am Main. Genau. Einfach melden. Guiding gar kein Problem. Genau. Siehst du, du machst ja auch Guiding so. Genau. Richtig. Da könnt ihr mal abchecken, könnt ihr dann anschreiben, wenn ihr mal hier in der Umgebung seid. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein und die Bestrafung wird richtig krass, Jackson. Jetzt geht's los. Leg dich nicht mit Gypsy an. Bis zur nächsten Folge. Danke. Auf Wiedersehen. So Leute, jetzt kommen wir zur Bestrafung. Jackson hat leider gegen mich verloren. Das heißt, dreimal Wackstreifen. Erstmal den ersten klebe ich erstmal hier so schön hin, Jackson. Ne, warte, ich mach das hier hochkant. So hier. Klebe ich so schön drauf. Schön heiß machen. Jackson halten wir hoch. Genau, da sieht man das. Ja, bieb ich noch zu weh, Jungs. Eben, den End klebe ich jetzt hier so hin? Richtig heiß machen muss man das. Alter. Alter. Und Jungs, wisst ihr, wo der hinkommt? Der kommt. Hier. Alter, hier. Richtig heiß machen, richtig heiß machen. Der muss richtig leiden jetzt. Gib's mir, Papi. Gib's mir. Ja. So jetzt, ey, das ist genau mein Ding hier. Jackson, hast du leider verloren, wa? Hör auf jetzt, ey. Die Bestrafung muss sein. Ich muss mir hier auch mal rin kreilen. Oh, du machst das los, schnell. Ich mach das viel langsam jetzt. Digga. Alter, guck dir das mal an. Ey, was hast du denn für eine Mega? Alter. Digga. So offen machen. Warte mal hier, ich mach ja das mal das hier, Jungs. Oh, du musst das schnell machen, sonst klebt die ganze Scheiße dran. Ach so, warte, so hier. Ach so. Schön langsam, ey. Oh. Nicht abgezogen. Ich krieg. Oh. Schacke. Alter, guck dir mal die Haare an. Alter, das alles voll. Ey, warum bist du denn so warm? Ey, da können wir ein kleiner jetzt draufkleben. Oh, Jungs, jetzt hier oben. Du bist so dumm, das abzurufen. Alter, richtig heiß machen jetzt. Die Bestrafung muss sein. Und das wegen 9 cm Jackson. Hättest du dich mal ein bisschen anstrengend. Jetzt mach ich dich so ab, Alter. So, Jungs, der letzte Wachsstreifen. Ja. Digga. Oh. Jungs, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Oh, haut rein. Und abonniert nicht vergessen. Bis denn, Antenne. Yes, Mann. Geil, Jackie. Gib mal bitte hier die Nachbehandlungstüche. Alter, das auf dem Schienbein hätte nicht sehen müssen. Das sieht aus wie Scheiße. Das ist auf dem Schienbein. Nein, hier, Junge. Du hast also der Hälfte übergebracht. Bixer. Gott sei Dank, hast du überhaupt Haare auf dem Schienbein? Ja. Zeig mal. Weil dir jetzt ist doch gar nicht gelohnt. Du hast doch gar keine Haare. Na, guck mal, Alter, wie ich überhaupt bin. Du hast gar keine Haare, Junge. Guck mal meine Mecker an. Die hat selber, die hat sich doch gar geklippt. Bixer. So, Jungs, jetzt sind wir hier nochmal. Das kleine Baby, das muss jetzt eine Nachbehandlung machen. Hier, schön, erstmal mit dem Folgetuch oder was, wie es eh hier. Jackson war richtig geil, ey. So, jetzt wirklich, haut rein. Bis zum nächsten Video. Guten Morgen, Leute. Eigentlich wollten wir heute nicht filmen. Wir haben es zeitig in der Früh. Was, Jackie? Sehr zeitig. Es ist kalt wie Sau. Wir haben uns nochmal rausgetraut. Eigentlich wollten wir, wie gesagt, nicht filmen. Aber den Fisch müssen wir festhalten. Guckt euch mal diesen Barsch an. Was für eine Kirsche. Geile Kirsche. Wie groß? Hast du mal drauf gelieb? Zeig mal. 44 hatte. Oh ja. 44 Zentimeter. Ey, Jeffrey. Richtig dickes Petri. Da haben wir gesagt, den Fisch, den müssen wir nochmal abfilmen. Geil. Ey, nice. Jetzt machen wir nochmal 1, 2 Fotos und dann. Genau. Geil, Mann. Auf jeden Fall richtig, richtig dickes, fettes, mettes Petri. Vielen, vielen Dank. Sehr geile. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.